Jo Leute, was geht ab? Willkommen zum Kanal Ausland TV und ja Leute, heute machen wir auf jeden Fall wieder ein Trink-nicht-aus-den-falschen-Strohhalmen-Video. Das haben wir knapp vor so einem Jahr oder so gemacht, oder? Habe ich recht? Nö. Auf jeden Fall Leute, läuft das Ganze so ab, die haben hier auf jeden Fall zwei Gläser vorne zu sehen. Die haben hier auch natürlich zwei Strohhalme. Das Problem ist, wir sehen gerade alles, das spiegelt ja alles vom Display, deswegen klappen wir das gleich zu. Und jeweils einer, also wir machen jetzt gleich Schnickschaschnuck und einer wird jetzt gleich was Leckeres. Irgendwas jetzt nicht so lecker ist, reintun. Ja, dann suchen wir auf jeden Fall aus, aus welchem Strohhalman trinkt und wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. So, wir machen jetzt auf jeden Fall Schnickschaschnuck bis drei. Wer als erstes zieht, ne? Oder wer als erstes das Wasser hat? Wer als erstes rein macht, machen wir. Okay. Ja, was ist? Jungus, es ist... Ich komme vorbei mit einem Range Rover. Ohne Reden, mit gar keinem Reden, auch unzu einfach. Nicht aufschwimmen. Junge, probier mal bitte, Adi. Probier mal bitte. Nein! Probier mal. Probier mal. Nein! Einmal probieren. Okay. So, ich bin gespannt. Du guckst an Strohhalman da rein. Was darfst du noch mal so? Sie. Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Ich hab das mal gekriegt, lass ich mal nicht mehr. Ich glaub ich lass das mal. Ich lass das mal. Adi. Hast du gehört? Nein. Sag mal noch. Ja. Sag mal noch. Ja geh du da hin. Das nimmst du an. Ey mein Magen brennt richtig. Ich hab Benzin getrunken. Das darf ich nur sein. Du musst nur. Reicht. Jetzt hört. Trink nicht so viel. Wir haben mehrere Sachen ausgesucht. Ich weiß. Wir haben einen Auswahl. Wir sind ja auch bald einkaufen gegangen. Junge. Es gibt. Warte. Wir haben jetzt Penis zu getrunken. Ne? Dann haben wir noch Senf. Dann gibt es nur noch glaube ich zwei. Und? Warum überlegst du was das ist? Es trinkt doch einfach. Ey wenn das Schalgam so ist. Na guck mal das andere ist jetzt nicht so schlimm. Aber wenn es Schalgam so ist. Wallah. Ey. Wallah. Das ist das letzte Mal ich mit dir das Video mache. Ja mach auf. Ey ich hab Angst. Wallah ich hab Angst. Ich hab Angst. Hussein ganz rein. Aber... Wobei! Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich Ja, was ist? Hä? Ja, ok, ok. Gelme denn? Oh, Mann, das tut noch mal. Ja! Ey, was auch? Komm, ich hab extra O, ich denke. Ey, ich will wissen, was das ist. Hätte ich das jetzt getrunken, ne? Ich glaube, ich werde heulen. Mal schauen, wie wir das jetzt machen. Warte. Was ist los? Du trinkst? Nein, ne? Ich will unbedingt, dass du das hier trinkst. Er wird denken, dass ich das da nur dazu habe, deswegen würde ich das extra werden. Soll ich das nehmen? Keine Ahnung. Du musst wissen. Ohne reingucken oder so, ne? Ich guck nicht ran, guck. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Ja. Ich hab zuletzt das hier genommen, ne? Hm. Hm. Ja. Deswegen nehme ich das noch mal. Sind sie sich ganz sicher? Ja, bin ich. Ha, ha, ha. Mann! Nein. Also ich wünsche dir noch in der letzten Runde sehr viel Glück auf jeden Fall. Auch wenn es hier leider nicht springt. Solange er zieht, gönne ich mir auf jeden Fall sie. Nein! Nein! Warum? Das gönne ich mir gleich. Ich probiere mal. Oh! Du hast schon Müll am Milch leer gemacht. Hör auf damit. Da war doch noch ein bisschen. Guck mal. Hier ist eine Wimper, ne? Nein, hier ist bestimmt das schlechte. Weil hier ist eine Wimper. Und safe, du hast irgendwie so gelacht. Haha, Junge, er nimmt das safe. Nein, das ist bestimmt so reingefallen. Ich sag's dir. Sag Wallah, du würdest das nehmen. Wallah. Ja. Sag Wallah. Wallah. Ja, ich nehme aber das. Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was? Was? Hast du auch da was reingetan? Ich hab da die Drinks reingetan. Hast du so reingetan, ne? Was? Sag Wallah. Was klar machst du? Sag Wallah. Oh, was klar machst du? Gott, der will mir ernsthaft sagen, dass er hier nichts reingetan hat. Dann trink. Zieh. Oh, ich zieh? Zieh. Zieh. Ja. Ich. Nein, weißt du? Zieh. Zieh. Hier ist aber noch eine. Ich höre, dass Karsten jetzt ausgestellte. Er hat nichts gemacht. Zieh. 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 Oder Karsten, was sei denn? Ich brauche gar nichts zu tragen. Zieh. Du ziehst jetzt. Du trinkst das so. Du trinkst das jetzt. Ja, okay. Trink komplett. Nein, du trinkst das. Bis du diesen scheiß Geschmack bekommst. Trink. Trink. Trink dafür, dass du es gemacht hast. Das schmeckt voll richtig. Ey. So Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Es steht wie viel? Du hast gewonnen, ne? Ja. Schön. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Abonniert nicht vergessen und schaltet die Log ein, damit ihr einmal benachrichtigt werdet. Mensch, ein neues Video planen. Ciao, bis zum nächsten Video. Fjas themen. Tschüss. Dürfen Nothing.